Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley, Explosion halt durch die Nacht. Los geht's, schnell raus, gucken, was los ist. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Ach ja, morgen ist ein Fest des Wintersterns. Let's go. Für die Leute, die das nicht wissen, hier ist ja heute, wie heißt das, Stardew Valley Aufnahme. Jeden Montag kann man, kann man dabei sein. Jetzt werde ich wieder angerufen. Hast du den schon abgebaut, den Meteoriten? Ja. Ich dachte, ich krieg den. Lag auf meinem Grundstück. Das sind alle Grundstücke hier, wo die Tiere sind. Das ist freies Land. Na, war der Kübel auch in der Kiste, so wie er sein sollte? Das werde ich dir nicht sagen. Aber eventuell ist der Kübel in der Kiste gewesen, wie man so schön sagt. Vielleicht war auch noch ein Stückchen Kotze drin. Haben wir eigentlich noch genug Heu? Weißt du, ich guck mal, sieh du. 150. Ja, easy. Den Wein gebe ich noch ab hier. Griechischer Wein. Aufpassen wegen Content hier. Die Lehrer lachen nur mit euch. Die Lehrer lachen nur mit euch. Sind das so viele Lehrer? Ich bin nicht gelacht. Ja, Lehrer lachen nicht mit einem. Das ist ja echt. Lehrer sind, Lehrer sind, äh, Ausgeburt des Teufels. Lehrer werden unten im Schulkeller, sind die eigentlich eingefroren. Kuro sitzt da auch gerade und streamt. Weil man kennt das ja. Man kennt das ja, weil früher, vielleicht geht ihr auf dieselbe Schule wie eure Eltern und die hatten nämlich genau dieselben Lehrer. Deswegen Lehrer werden eingefroren. Die Eltern nicht, die werden auch so künstlich am Leben erhalten. Werden eingefroren und dann. Sie haben keine Privatseite. Die werden nach der Schule eingefroren und deswegen altern. Deswegen werden eure Kinder auch die Lehre haben. So ist das. Obwohl, ich glaube, Lehrer, die ich hatte, die existieren teilweise schon nicht mehr. Okay. Weil ihr so schlimm wart damals? Wir waren schuld. Äh, nee. Wer kümmert sich hier eigentlich noch um die Reusen hier? Äh, ich nicht. Nö, ich auch nicht. Wo ich da nie bin. Ich auch nicht. Können wir die umstellen? Können wir die irgendwo? Ich hab halt bei mir auf der Farm drei Stücke und selbst die bestücke ich sie nie. Tja. Leute. Keiner kümmert sich um die Reusen. Die Reusigen Reusen. Auch schon wieder ordentlich, ordentlich Cash hier, ne? Auch im Winter casht man so ein bisschen aus. Ja, ja. Da wächst der Cash immer so langsam, aber stetig. Nicht ganz so viel wie im Sommer, aber so ein bisschen. So eine Muschel mochte, mochte Hayley Muscheln eigentlich? Hab ich hier noch nicht. Normales Geschenk nur. Äh, 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 äh. Dies ist, dies ist nicht ganz so gut, oder? Normales Geschenk ist nicht so gut, ne? Äh. Geben wir erstmal hier rein und gucken mal, ob wir mal hier was erreichen. Einen coolen Lehrer hatte ich damals. Zehn Jahre ist das her. Lange her. So ist das. So ist das. Lange, lang ist her. Man fühlt sich plötzlich alt. Hab ich noch irgendwelche guten Geschenke für Hayley hier? Was mag die denn noch so? Das können wir auch mal ummünzen hier. Chat, was mag'n, was mag'n der Louis so? Komm, kriegt Hayley das hier noch. Louis? Was willst du jetzt von Louis? Louis ist mein Wichtelgeschenk. Louis und ich, wir sind Bro, Broskis, wie man so schön sagt. Oh, ich muss hier... Ja, ich muss nochmal... Was mochte die? Ein Krokus. Hab ich noch einen Krokus? Krokus? Hast du noch einen Krokus? Ich hatte noch einen Krokus. Tatsächlich hätte ich noch einen gehabt. Ja, ich auch noch. Dann brauch ich deine abgekrabbelten Krokus und die... Abgelutschten. Jodie mochte Käse, ne? War das nicht irgendwie so? Hättest du dir dann einfach nur deine Füße ins Gesicht? Was bist denn du heute so frech eigentlich? Dafür sind die Leute hier. Die haben nichts getan. Die Leute, die sind hier um... 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 um meine Synchronisation zu hören. Das hab' ich dir schon mal gesagt. Wenn ich Leute ärgere, mag ich sie, ja? Das ist ja wohl... Je mehr ich Leute ärgere, umso mehr mag ich sie. Deine arme Freundin. Das stimmt allerdings. Da leidet sie manchmal schon sehr drunter. Jodie mag Käse. Ja gut, dann verkaufe ich den Käse nicht. Beziehungsweise ich habe ja noch einen... eine Milch. Dann kriegt Jodie einen richtig guten Käse. Ach, da stand die ja. Hab' die gar nicht gesehen. Die ist hier völlig... im Kognito unterwegs. Eins mit dem Buch. Buch egal. Eine gute Mischung von Lehrern. Das war wichtig. Ich hatte damals Lehrer, die mochte keiner. Ja, weiß ich nicht. Mochte ich meine Lehrer eigentlich? Boah, ich mochte auch nicht alle Lehrer. Aber das ist so... Am Anfang mochtest du sie nicht. Und umso länger sie hattest, umso eher wusstest du, wie du mit denen umzugehen hast. Und dann mochtest du die auch mehr. Oh, Lena muss jetzt erstmal überlegen, was sie dann möchte, weil sie die Bacheloraufgabe nicht bestanden hat. Zumal. Dranbleiben. Es lohnt. Ja, wenn's dann das sein soll, ne? Dann dranbleiben. Äh... Was... Was kann man noch im Winter machen? Ich muss eigentlich wieder zur Farben. Ich muss da noch ein bisschen aufräumen, Leute. Tut mir leid. Langweilige Folgen hier. Müssen die Gespräche besser werden. Nefi, erzähl mal was. Ja. Findet ihr, wenn Corona vorbei ist, dass Goro eine eigene YouTube-Serie aufmachen sollte, so a la Peter-lustig, und dann heißt er einfach Goro-lustig und erklärt Sachen. Goro-lustig. Auch mit so einer... Auch mit so einer... Auch mit so einer Latzhose und so. Und einfach nur, dass Goro beidem da sitzt, in nem Wohnwagen in Dänemark und erklärt euch tolle Sachen. Ich würd's gucken. Ja. Zuschauer vielleicht auch. Ich bin dann aber nicht der Nachbar. Das dürfte klar sein. Du müsstest der Nachbar sein, tatsächlich. Einer muss es tun. Leider ist Goro nicht lustig. Jo. Last. Das war's jetzt. Dann war er gebannt bei Goro im Chat. Brauch's auch nicht mehr ankommen. Er hat gelacht. Brauch jetzt gar nicht... Brauch gar nichts mehr... Ich... Nö. 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 Einfach nö. Ist er eingeschnappt. Nö. Muss ich mir nicht geben. Ah, hier haben wir den Diamanten. Sowas mag der Bürgermeister. Glänzen muss es. Diamanten mag er nicht so. Lüge. Mag selbst... Lüge. Der steht auf dem materiellen Shit. Marni, wir müssen nochmal schnangen gehen. Marni. Wie sieht das mit diesem Geschenk aus? Marni. Mochtest du das? Das ist wichtig, Marni. Geliebtes Geschenk ist Diamant. Anspruchsvoll, ja. Nice. Hat sich schon mal gelohnt. Okay. Wie hier die anderen. Die Hayley. Das geht natürlich gar nicht. Ich wollte aufräumen und ich lauf wieder die ganze Zeit nur durchs Dorf. Es ist aber auch immer dasselbe. Ich suche auch noch Notizen. Hinter dem Gemeinschaftszentrum hattest du ja auch schon mal was gefunden, ne? Das habe ich glaube ich noch nicht gefunden. Die hast du noch nicht geholt. Wo genau war das da? Muss ich mit der Hacke oder mit der... Nee, einfach nur anklicken. Es war so der Zaun, wo diese Bank drin ist, da so die Ecke. Also nicht in diesem Ding drin, sondern natürlich hinterm Gemeindehaus. Aber so die Ecke, wo diese Bank da steht. Hinterm Zaun oder was? Ja, ja. Also die... Da ist auch ein Baum, glaube ich. Oder ein Busch. Irgendwo dazwischen. Ich habe da wild rumgeklickt und dann habe ich es bekommen. Rechtsklick? Linksklick? Ja, Linksklick eigentlich. Linksklick? Linksklick? Rechtsklick? Mit nichts in der Hand oder was? Ich habe alles gedrückt. Also ich finde, ich gehe jetzt gerade hier alles ab. Genau. Es gibt viele Wege, die zum Ziel führen. Das finde ich nämlich auch. Bei einer Rennstrecke nicht. Klar. Da ist er wieder. Der Broski. Der Grenz. Der Grenz. Da redet er hier rein. Vielen Dank, Grenz. Herzlich willkommen hier zum nicht sprechenden Gurubai. Wir haben heute gemerkt, ich kann nicht so viel reden. Aber hypen. Herzerfrischendes Moment. Hatte dir Spaß? Ihr habt gesehen, ihr wart unterwegs. Habt gehuntet? Was habt ihr gemacht? Tiere gekillt oder was? Gehuntet? Irgendwas in so ein Hunterspiel. Ich finde die Notiz nicht. Ja, weiß der Geier, wo das ist. Ich komme mal hoch. Der Nephiast hat mich hart gescammt. Der hat gesagt, hier liegt irgendwas. Ja, warte. Hier liegt aber nichts. Holy shit. Meine Maus funktioniert nicht mehr. Ah ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Vielen, vielen Dank, Grenz. Für den Raid. Das ist nice. Das ist nice. Da steht er. Hier? Hier? Geh mal hier so rein. Hast du es? Nein, hier ist nichts. Da ist was. Versuch mal mit der Bodenhacke da rum zu hauen. Dann hörst du irgendwann mal ein Geräusch. Ich habe die Notiz selber schon gefunden. Ich habe die sogar von Nephiast schon. Aber er hat das denn hier gefunden. Aber er hat das denn hier gefunden. Ist PVP an? Das ist wichtig. Also ich habe die so gefunden, indem ich die Hacke benutze. So, wir müssen schlafen gehen. Es wird spät, Nephiast. Ja. Scammerino, ja. Ich bin eh nur eine Statue, Gogo. Oh, ich liebe Statuen. Ich liebe Statuen. Na, Last. Pay to forgive. Na gut, Last. Wir stechen dich die Zuschauer wieder, damit du denen verzeihst. Last, ja. Nina, herz erfrischendes Moment. Hey, Carlos. Last. Erst, wir tun so, als würden wir es vergessen. Oh, hier der gute Käse. Alles für Jodie. Morgen hat Jodie Geburtstag. Ich muss noch mal ins Nachbarhausen. In der Lichtbahn auch noch so dicht, Alter. Es ist doch falsch, es ist doch falsch. Ich sehe da nichts Falsches. Oh, da fliegt ein Weihnachtsmann. Ja, der flog da rum. Und das ist ein UFO? Weil es der 25. ist. Das ist ein UFO. Das UFO, ich habe es schon weggedrückt. Das war das Problem. Weil er ein UFO war? Du glaubst nicht an UFO. Hä? Haben wir die Seiten getauscht? Ja, die Wildnacht. Wild war Nacht. Die Nacht war wild. Die Wild war Nacht. Die Wild war Nacht. Mit die Fiats. Das war ja eh nicht so gut jetzt. Ich hab das schon mal besser performt, muss man ja so sagen. Du hast auch schon mal weniger geschnarcht. Äh. Ach ne, war der Kühe hatte ich gestern. Dann sind heute Chicken dran. Wer hat hier eigentlich den Hühnern vier Heu gegeben? Ich hab mich verklickt. Was ist daran so schlimm? Mit sowas muss ich arbeiten, Leute. Ehrlich. Mit sowas muss ich arbeiten. Es ist einfach nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Wieso ist das nicht in Ordnung? Der Nephias, Leute. Der Nephias. Es ist wirklich... Das bin ich. Hallo. Ich sag mal, wie es ist. Zum Gott zunächst daneben. So. Wann fängt das Fest an? Weiß nicht. Kann ich nicht in die Stadt, weil... Oh, wir machen das Fest fertig. Wir machen das Fest fertig. Es ist Weihnachten. Muss ich Hayley auch was schenken? Ronin, danke für dein Raid. Ah, die heutige Veranstaltung wird gerade vorbereitet. Komm später nochmal wieder. Kann ich mir zufragen? Vielen, lieben Dank, Ronin. Ronin wollte nur den Alert nochmal sehen. Gib's doch zu. Nur deswegen hat er's gemacht. So. Wahrscheinlich. Äh... Du hast gerade doch auch wieder aufgefüllt. Pssst. Ist besser, wenn Nephias das nicht weiß. Oh, das ist gewonnen. Fest hat gewonnen. So, also Käse war für Jodie. Und jetzt nehm ich noch irgendwas cooles mit für Hayley. Aber das interessiert die wahrscheinlich nicht, ne? Die will keine Geschenke, wenn das Fest vielleicht. Mag dir die Blumen hier? Kann man mal nachgucken. Hayley, magst du die Blumen? Ist ein beliebtes Geschenk. Nephi, ich bin ready. Bist du auch ready? Ich bin schon auf dem Weg. Was brauchen wir noch? Muss ich auch ein Geschenk für dich mitnehmen? Was wünschst du dir dieses Jahr an dem Ding, welch ich wünsche? Pam, das Fest geht los, Pam. Du kannst jetzt nicht zum Bus gehen. Hallo? Pam, komm mit zum Fest! Will sie nicht. Ich bin Bürgermeister. Pam wollte nicht zum Fest. Wir kommen beim Fest der Liebe. Heute zeigen wir uns dankbar. Wieso bist... Wo bist du hin geteleportiert? Hayley flirtet mit mir. Oh, Hayley ist mein Wichtel-Freund hier. Hallo? Wo hast du dich denn hin teleportiert? Was hast du denn gemacht? Ich stehe am Baum. Ich habe dem Louis sein Geschenk gegeben. Du stehst alles, aber nicht am Baum hier. Die Hayley gibt mir gerade ein Geschenk. Oh, ihre Unterwäsche. Ne, ich habe einen Mohnen-Muffin von ihr bekommen. Schau, Ronin. Vielen Dank. Jodie, ihr geheimes Geschenk geben. Ganz geheim. Oh, Käse, danke. Habt ihr mich verarscht? Magst du gar keinen Käse? Jetzt musstest du auch teleportieren. Oh ne, der ist mein Wichtel. Wer denn? Wer ist es? Wer ist es? Hier der Langhaarige. Ich habe vergessen, wie der heißt. Der Emo? Ne, hier. Elliot. Ach, der Elliot. Hey, go bye. Ich bin dieses Jahr dein Wichtel. Kannst du noch was machen oder ist hier echt nur Geschenk vergaben? Pack es aus. Wow, Elliot. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Das habe ich mir das ganze Jahr schon gewünscht, Elliot. Was hat er dir gegeben? Ein Stück Jade. Es ist nichts besonderes, aber ich hoffe, er ist gefällt. Du, da ist mein Mohnen-Muffin aber schon geiler, den Elliot. Ah, Elliot. Ehrlich, Elliot. Ich glaube, wir bonden wir beide. Das ist schon gut, glaube ich. Das ist schon richtig gut mit uns. Ich bin ja froh, dass ich einen Mohnen-Muffin bekommen habe. So ein Scheiß-Elliot, Alter. Kannst du behalten, deine dumme Hiale. Ich spreche jetzt hier noch mit allen Leuten. Ist noch ein Shop? Mit dem Schmied wollte ich eigentlich nicht mehr reden. Pierre, was hast du so mein Gebot? Okay, dann kann ich ja gleich wieder gehen. Boah, festlicher Esstisch für 3000, Nephi. Ach so, der Shop ist da. Dekorative Axt. Nephi, wenn wir zusammenlegen für 5000, können wir uns einen Weihnachtsbaum kaufen. Hm. Was heißt nun? Nein. Verziertes Fenster vielleicht? Kleiner Kieferbaum? Winterbander? Lichterkette? Er kauft. Mach dich nur arm. Ich nehm' ne Lichterkette mit. Ich mag Lichterketten. Mögt ihr auch Lichterketten? Schreib's gerne rein. Oh, hier ist ja der Typ hier. Ich mag auch Lichter. Willst du die Legende des Wintersteins hören? Eigentlich nicht. Na gut, fang an. Oh Willy, Alter. Quatsch dich wieder. Ich hab mir das auch angehört, tu nicht so. Hey Pam, du grad eben hast du gearbeitet, Pam. Was machst du hier jetzt? Die säuft jetzt und dann fährt die gleich wieder. Wat? Abigail. Tu doch was. Herr Doktor. Okay, hier nochmal mit den Rentnern quatschen. Alex. Alex hier übrigens, als du mich letztens noch mal gesehen hast, als ich da die Hand in den Müll gepackt hab, das war echt nicht... Das war echt nicht, das war echt aus Versehen. War nicht so gemeint. Ich hab mich verklickt, Alex. Damals, als ich da in den Müll gegrabscht hab, das war jetzt nichts... Wer stellt denn hier auch die Tische hin? Man kann hier nirgendwo lang laufen. Linus. Wo ist der Zauberer? Der ist hier nicht, ich hab ihn nicht gefunden. Das nicht gleich bedeutet mit der ist hier nicht. Hab ich jetzt mit einen gequatscht, Leute? Hey, die wollt kein Geschenk. Dafür ist Jodie mein Dings... Ey, dann schenkt er mir ja, ey. Ja gut, ist das fest zu Ende oder was? Ja, Powerplayer, ha auf jeden Fall erstmal rein. Cool, dass du da warst. Das war's jetzt schon? Ja. Dunkelketten sind auch nicht der Renner, ja das stimmt. Aber Emily hatte mich gefragt, was für ein Geschenk ich wollte. Da hab ich gesagt, ne große Gießkanne. Da hat sie gesagt, kriegst du nicht. Ich hab gesagt, meet und das fand sie toll. Ey, ey. Chris. Wie viel gibt'n so Jade? Das passiert, wenn die Goro Sachen schenkt. Er vertickt das direkt auf die Seite. Ja, was weiß ich, ich hab schon drei. Komm, komm zu den anderen. Kann er jetzt... Ich freu mich scheckig, Alter. Ey, was ist denn das für ein dummes Haus und kann ich das hier nicht platzieren, oder? Hallo Ackesmann. Wo kann ich denn die Lichterkette hängen? Ans Fenster, wahrscheinlich. Ne. Oh, ja schön. Schön. Ey. Ey. Ich raste aus. Hallo Grolliger. Wattenfest, Alter. Wattenfest, ey. Das war doch mal ein geiles Fest, oder? Ne. Ey, ich hab'n Mohnmuffin abgecashed. Jade von Elliot, ey. Lasst euch nichts schenken von Elliot. Ich schwör's euch, Leute. Es lohnt sich nicht. Vielen Dank fürs Zusehen auf YouTube. Dranbleiben auf Twitch, denn da kommt noch ne Folge. Aber ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auf YouTube. Vielen Dank. Tschö. Tschö,-, anschließend debate über dich ? Wir sehen uns beim Wiedersehen.